den Kapitän auch bestanden jetzt wird es lustig Leute glaube ich dieser Blitzkrieg gar nicht irgendwie der Blitzkrieg macht gar keinen Schaden und jetzt der Fettwand ja scheiße wow jetzt habe ich ihn angesiedelt ah war klar ziemlich voller wüscht na toll alle benommen ist auf meiner Wenigkeit ich sehe nichts sehr schön das ist auch ziemlich vorteilhaft könnte bitte einer wieder aufstehen ja auch nicht gar nicht so ihr nervt ihr nervt fahrverdammt ihr nervt fahrverdammt komm ich hab dich anwesert und jetzt spring du ruhig ja du warst wir machen auch bald sind in der war voll nur an der Städte ja jetzt kann ich nicht okay was kommt bitte jetzt klar und ich kann nie mehr in der Nähe er hat ganz klar so rechtlich laut 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 klar der kommt ja endlich erst das ist ja das ist alle mehr weh ich hoffe ich kann es irgendwie ist das ist so lange das oder nachgaben das keine Post ist mehr und den Spassel allein die Niederländskampus auf okay das kann ich jetzt nur im Stundenhandel macht es ein Spaß ja es macht total Spaß und Kraft kreis zu laufen das ist alles was du drauf hast anscheinend erbringen die Magie auch nicht so ganz wirklich die beiden ich bräuchte eure Hilfe wenn das im Bereich des Möglichen Hallo ihr beiden schlaft doch nicht so rein äh und ich glaube auch mit halber Energie sehr schön Arie Kostetien denn kann ich noch weil ich leider aber auch vor Ort die müsste das alles nicht machen und dann war es mit dem Harz ich sag bis irgendwann mal oder mussten wir gegen den verlieren was kommt denn jetzt eine Regel habe ich noch vergessen es kann zu Unfällen kommen was Hörgelt schaffst sie hier raus Hörgelt jetzt verstehe er muss sich doch gegen den verlieren ich verstehe noch waren auf Leute ich verstehe gar gar nichts mehr das ist unlogisch Junger das war knapp das war Kerberos der Wächter der Unterwelt Hörgelt wird bestimmt mit ihm fertig andererseits vielleicht auch nicht das sieht nicht gut aus ja ich speichere einfach mal in der Hoffnung dass wir speichern sollen ich weiß ja nicht ob ich jetzt hier irgendwie des Todes bin oder ob wir schon verloren haben aber anscheinend doch noch nicht Moment was spielt er denn ich hoffe Herkules in Ordnung das ist die Indiarien klar das kann spiel das wird ernst ich habe keine Angst ja ich habe ja gespeichert Hörgelt nicht der Vorsicht wir kämpfen mit Herkules Seite an Seite gegen den Spastik gegen den äh Hund mit den drei Köpfen ohne Potions ja Leute hallo mein Name ist Hedl warum hat er Klaut aus der Schulter hei hallo na sie sie kleiner ich habe jetzt zwei Worte für dich K das war wieder ein ein Wort Julio und du kannst echt nicht zählen ok Warte ah ohne Potions wird das sicherlich ein sehr spannender Kampflug wenn seine Anrufe noch nicht das gewollte von ist ich weiß es ja nicht was geht über Leute, ich glaub ich hab schon verloren ja, also ich hab schon und Schiss, das war's ja, äh ja, das war's jetzt erstmal, Leute, ich hab echt grad irgendwie kann das mehr äh, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder bis dahin viel Spaß mit den Videos, euer Heli